ARD Text im Auftrag von Funk Ja nehmt mal vor, das würde nur 200 Element kosten Das wäre ja Wahnsinn Bt aufgestockt? Ich doch nicht, mein junger Paderwan Sowas würde ich nie zu... Ja stell dir mal vor, sowas würde gehen hier Also dann wäre das echt OP das Spiel Also ich sag dir 50, du kommst auf Ideen Ich kann das noch gar nicht bauen in meinem Level, oder? Was? Ne, glaub ich 90 Boah Man kann doch XP trinken bauen, oder nicht? Jupp Ich muss nachher eh ganz viele Ganz viele Narkotik-Dinger da craften Alter, guck mal also Es gibt kein besseres Tier Zum Farmen Ich gehe nochmal auf den Wald und fahre ein bisschen Tetsch Im Vergleich zum Zum Hirsch Der ganze... Es gibt keinen Berg mehr Also wenn der Berg abbaubar werde, dann würde ich den Berg auch abbauen mit dir Ich bin dann bald zu Hause gelassen, siehst du mal, ob sie was bei den Beten getan hat Ich glaube nichts Das würde ich nicht tun Ja, ohne den Gewichtsbarf jetzt nicht so geil, aber... Habe ich aber dem Hirsch auch gegeben Habe ich aber dem Hirsch auch gegeben Achso, ganz normales Rex-Ei oder was? Oder ist das... ist das schon ein... Eins was... was geblütet ist? Alter... Dieses Geräusch hier, warte... Ach, in diesem Scheiß-Ding, ich wollte es dick 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 für euch Ne, da sind sieben Narkotiks da Das gönne ich mir mal Und noch? 22 Steine Da ist doch Metall Ich sehe nichts Boah... Ultra... Und ich krieg mir das Gewicht voll Ja, ich denke auch So bruchte das Ei Also brauche ich... Muss ich Rex-Have knattern lassen? Um das zu tauschen das Geschlecht Jaja, das ist gar nichts mehr Voll geil! Erst dann ist... Ist Farm effektiv So vorstellen, dass du dir 10k Gewicht voll kriegst mit der Bei der Farm Brauchst du ein bisschen Metall oder was sagst du? Hier... Guck hier... Oder hast du selber jetzt geholt? Ja... Hast geholt Sollst du mir jemanden sehen? Wie kann ich noch Metall sehen? Wie kann ich noch Metall sehen? Ohhhh... Ich hab den so vernichtet Außerdem... Krass... Ich hab echt so... Awww... Voll drauf hier wie ein Ninja hier... Das geile ist bei einem normalen... Stein krieg ich auch ein bisschen Metall Vorbei... Noch 29 ist jetzt nicht alles vorbei... Kein alte mehr... Ich kann schnell 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 zum Metall hin... Ich hab den Gericht auch genug... Also wir haben jetzt Zeit... Um 10 Sekunden den Berg vermichten... Kommt das eine Opsi da oben noch... Das eine Opsi schnell... 5 Sekunden... Nein ich schaff das nicht mehr... Okay ist dabei... Dann geh mal wieder nach Hause... Okay was haben wir denn jetzt hier? Ach du Scheiße... Also wir haben... 15.000... 18... 17.342 Flinzen... Haben wir... Flintstones... 5.620 Metall... 1.700... Obsidian... Und... 7... 8.227 Steine... Und ein bisschen noch Öl und so... Random Stuff... Ja geht oder? Es geht so... So... Wenn wir hier mal die... Dinge reparieren lassen... Die Bauteile habe ich glaube ich oben... Was ist so laut hier auf einmal... So... Er kommt jetzt hin... Fertig glaube ich... Giga haben wir jetzt heute schon gesehen... Zwei zumindest hier... Aufher gesehen... Hier sind die Dinger... Äh ne... Gebaut hier Lars... Eben hergestelltes Teil... Was fehlt denn jetzt wieder hier drin? So... Macht schon... Äh... Aber es doof ist... Die halten hier drin auch nicht lange... Loll... Ne... 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 Es ist ne... 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 Scheiß... So heftig dieses Ding... Hast du den Sattel auch geklont? Ist das... Ist das ein... Kompletter Klon... Es muss ja alles geklont sein... Ist der Sattel auch trof... Ne... Muss ja... Oder? Nein, das klont doch eigentlich nur das Tier. Scheiße, wieso gibt es immer keinen Sattel? Also das ist frech, ein nicht vollkommenes Geschenk. Auf was bist denn du bei dem gegangen überhaupt? Für Werte. Warte mal, warte. Auf Ausdauer, oder? Ja, da müssen wir ein bisschen Schaden machen. Ja, das macht das Kochen easy zum Glück. Ich kann es nur nicht herstellen, aber hier, guck, vielleicht das Level. Habe ich mir herstellen lassen von ihm. Also ich habe 3000 Stamina. Mehr geht nicht vom... Ich habe keine... Wie gleitet man? So, mit rechter Maustaste, okay. Nee. Das will ich einfach nur so gleiten ohne Strahlen? Was hast du schießen? Ankommen Maustaste. Ankommen Maustaste. Hoch springen. Und dann linke Maustaste. Ach, linke. Und so normal slide kannst du nicht so wie der Mewi? Habe ich noch nicht rausgefunden. Steuerung. Steuerung. C. Muss doch auch gleiten, wir haben doch kleine Flügel. Wenn jemand weiß, bin ich mir dankbar. Also mit der W-W-Taste und der Glück heißt, dann fliegst du so ein bisschen immer nach vorne. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich weiß, was Trosten meint. Aber du kekst, du hast ja vor uns gesehen. In manchen Situationen ist der Eisstrahl einfach nice to have. Naja, überflüssig. Es gibt viele Tiere, die jetzt nicht unbedingt so... sinnvoll sind. Dodo. Dilos. Aber das ist schon geil. Also einmal W drücken. Nochmal W. Nochmal W. Also einzelne Taste W. Und links kannst du auch dodgen. Rechts auch. Und zurück. Geht ja nicht. Okay. Was denn hier? Hä? Ich dachte, den Tag kann man nicht ziehen. Okay. Ja, die Technikus hat ihn gezählt. Okay. Es vom Spiel her selbst ist in dieser Map ausgeschaltet, dass man die Tags nicht ziehen kann. Das ist sogar in der Vorstellungsvideo gewesen. Mhm. Also in dem Change-Ding. Genau. Was auch immer da stand. Weil die wollen, dass Tag mit der Map, dass es wieder ein bisschen zurück geht. Aber vielleicht sind es irgendwelche Settings, die das halt dann doch zulassen. Ich hab dir früher auch gezähmt. Aber von der Map her, sollst du mal nicht gehen. Deswegen halt das gemeint hier. Achso, warte mal. Ich hab doch hier so einen Scheiß. Gib mir mal irgendwas. Mhm. Mach ich. Gibst du jetzt was? Ich hab dir Müstezweig gegeben. Da reicht einen nicht, oder was? Und Kohle muss rein. Was für Kohle? Kriegst du aus dem Sandfall Geschenk. Habe ich nicht bekommen. Aber doch. Ich hab auch so ein Ding bekommen. Nur ein Müstezweig zu sein, dann fertig. Dankeschön. Was kriegst du jetzt? Kommen sie um. 195er Sniper. Okay. Einfach nur Müstezweig eingetont. Vielleicht wärst du mit Kohle besser, oder was? Vielleicht wärst du mit Kohle besser, oder was? Ich hab ja nix dabei an das. Aber schlagen kann ich nicht im Wasser. Nee. Ich nur so. Mal kurz was gucken. Oh. 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 Hat der mich jetzt schon aggro? Hey, das ist ja sogar ein Zweisitzer. Hab ich vergessen. Dann kann ich hier mit dem mitfliegen. Mhm. Der ist echt schnell unter Wasser. Macht schon Spaß, ja. Dass der aber nicht schweben kann. LOL. Einfach ein Ichi gegrillt. Die Säcke. Die Säcke. Ich glaub, die kriegen noch nicht so viel Fallschaden, glaub ich. Ich krieg'n gar kein. Boah. Alles Maschinengewehr. So näher da rangeht, dass du heftig über den Schaden von dem Tod. Ach, auch noch? Okay, ich dachte, das ist gleich der Strahlen. Weißt du, der gleiche Strahlen, oder nicht? Krass. 90er Eiswürfel. Schaff ich den Bronto hier? Ja, 145er ist zu heftig, glaub ich, mit dem. Was ist denn das für ein Ei? Guck mal. Kann das nicht. Ja, was das für ein Ei besteht da? 106. Wie von Ei ist das? Eis wie von Ei schickt er? Ja, bei dir geht's. Die Grafik ist so komisch. unter 76 mache ich mir den ich hatte ich hatte ja freuen es machen wollen mit dem mit dem zu gestern das handglas zeigt ihr vorneweg schon an mit was der rauskommt ja was für werben mit live muss mache ich mir selber eigentlich total man kann es ja mitnehmen sind es dann musst du nicht blüten einfach haben erstmal kann ich eine eiswürfe ein eisen das weiß ich nicht, das klingt wild ich habe hier noch ein haus gefunden guck mal an hier ein haus gefunden ich glaube ich bin gewonnen das kommt doch nicht hin ups aber ist eh offline protection oder? der wollte kann nichts machen lass es mal ausdauer regenerieren mann einfach ich krieg von eiswürfe und er ist so gut mit keinen schaden das ist geil der war da irgendwie selber so aus eis oder? so schützend ne man ey klee trank hast du einen? ja ich hoffe dass mein männer auch gelabelt hat alter instant 2 level up wie du? ja wie mit 90? wieso? ja eine wir wollen gekillt wie? wo hast du den xp dran? ist es dem mord und pest der hg du kannst mit dem aber super die affen trennen ja das habe ich ja gesagt oder? oder was meinst du? oder meinst du? ja du kannst halt das pack auf dich zu rennen lassen hier ist das gesamte pack ein und dann kannst du zielfischer was für ein geräusch hier was wollte ich jetzt machen hier? ach so ich habe ich habe dieses ding da gemacht das camp street bench wollte ich machen in hg in hg der ist am ende nochmal ein bisschen close geworden der bifahren hat 2 level ups ne wie heißt das ding trank? xp oder wie heißt das ding? hg? oder warte mal ne 1 habe ich bekommen sag mal wie das ding heißt äh im motor und pester einfach der blaue trank im motor pester? ach so ja ok den kenne ich ja ja den habe ich einfach gebaut der dir den buff gibt quasi jetzt kann man ja mal gucken doch anderthalb level habe ich gekriegt wo ich 2 wüller von 90 auf 1,9 halb der blauen trank den hier? ja ne ne den da unten den xp potion ok ok und wie lang hält der? äh 5 minu naa 360 kunden 6 minu nimmst du den oder was? ja bei zieren geht er bestimmt auch klar hm hm hält der? der hat ne 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 haltbarkeit oder? 10 stunden ok so was ich jetzt brauche ist dieses ding da dieses chemistry kackteil da wollte ich bauen schau mal was das ding kann gibt es hier nur ein nest? wie es fehlt 98 electronics alter ich habe doch hergestellt 100 stück du brauchst es mehr als 100 250 echt? hm ich mich nicht aber 250 ja mit dem mehr ist einfach der scheiße hier doch die wieder so lang habe ich überhaupt hier so viel? so ich werde dann erstmal ein heilschwein zählen damit ich meine tiere schneller heilen kann gibt es so ne so ne plattform so wie wir früher hatten? auch? was ist ne plattform? tust du die hier drauf und sie werden gehalt keine ahnung du bist in der mod materie eigentlich deeper drin als ich ja na klar ja na klar aber ich weiß ja nicht ich habe ja nicht alle mal zu viel drauf also wie sag ich denn der newborn autotrap aaah ich weiß warum der das nicht gemacht hat ich hab auch ja ja was keiner dinge hat genau genau kugeln drin ich wollte vorhin schon sagen hier war schlicht es gibt eine heilsuppe das du hast du hast du das du neben kriegst okay die xp brauche ich die xp brauche ich und feiere ich du kriegst ein halbes level so hast du dein level gemacht die ganze zeit oder was? ne ich habe die jetzt eben erst ausprobiert achso ich habe gerade das erste mal eine genommen und ich dachte mir bei der bei der wivorn also ich habe eine auf dem weg dorthin genommen und das war schon ziemlich krass und da ich weiß dass wivorn gut xp geben deswegen möchte ich ja in die schlucht rein und habe probiert die wivorn das ei wollte ich eigentlich gar nicht ich wollte halt die wivorn feiten weil wivorn glaube ich es gibt doch kaum ein viel was mehr xp gibt außer als wivorn der giga gibt noch so viel aber alpha xp haben sie ja genervt also ich mache mal was was ich früher als hobby gemacht habe also ich mag die mana grass aber wie gesagt nicht zum fliegen ich mag sie zum kämpfen weil sie ich finde den strahl echt stark du kannst die tiere cc'en der macht richtig gut damage ja ich mach Spaß ähm die tränke im prinzip torsten machen genau das was die boxen machen die du suchen kannst wie heißen die? du weißt was schmähle dieser wurde immer so in in die bücher da kriegst diese bücher da genau da kriegst du ja auch den xp buff das ist im prinzip der trank und ob es auf der map diese diese boxen überhaupt gibt weiß ich gar nicht die erzählen immer die geschichte der map oder so ein scheiß mensch ich hab ein ovis verloren was mach ich als mensch muss ich ihn zersägen das kann doch nicht sein was nimmst du denn wenn es nach damage geht? sleepless ich habe ja auch eine weile nicht gespielt das nimmst du für damage jetzt komm nicht mit die da hey wieso kann ich das nicht so sägen weil das dein eigenes ist ich hab's getötet du hast pvp aus es geht jetzt geht's jetzt musst du nur sterben achso pika teckdeckse oder ein blitzmöbel ja blitzwiffer ist im prinzip dasselbe auch bestrahlt wie ihn der mann einfach macht klar der von wiffer macht noch mehr damage aber wiffern haben wir hierher und sind geholt man hört dich vom ist ganz sehr laut okay okay 289 habe ich bekommen von level 37 ich habe es nochmal geskillt hoch und spinos habe ich hier noch keine gefunden ja spino ist geil aber tagrex habe ich auch noch keine gesehen die brauchen wir jetzt für den boss kann man die dort mit rein nehmen tagrexe ich habe mal gehört das geht nicht nur normale wir haben die vielleicht auch mit tagrexe gemacht also in einem anderen boss ist gut also da habe ich nie probiert ich kenne boah es sind noch oldschool da gab es die tagrexe jetzt habe ich noch gar nicht ja spino beste aber hier den engine spino den ich bis jetzt hier gesehen habe der war level 25 sonst hätte ich schon lange du nur als hals das ist auch gigantisch geil was habe ich denn hier eigentlich das ist ein teddy das frisst der beeren oder was dann muss ich mal hier beeren halten welcher teddy welcher teddy teddy ah ein teddy hast du gute bär daraus bekommen aus deinem carry ach so ich lasse den jetzt schlucken deswegen suche ich mir grad beeren die ich halt hier nicht unbedingt brauche mal vergessen sie den haupt guck mal mein argi kriegt immer noch 10er stacks fleisch ins inventar oh gott ich habe falsche tasse geklappt also bei mir weiß ich nicht meine nanny macht das guck ich mal bei dem rex da der hat auch ein 10er stack im inventar meine nanny füttert die und guck mal wie groß der schon ist ich weiß nicht warum auch deine nicht vor uns wirklich keinen strom hatte aber warum war der strom weg das ist die andere frage das verstehe ich nicht aber das ist das einzige wie ich es mir erklären kann Minus 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 du hast echt geile Glück aber Damage 39 genau egal es ist halt die Brie weißt du ja du kriegst ja eh die 30% durch genau aber trotzdem halt heftig ich so viel Minus mein es ist zumindest es ist halt immer von es sind bloß es sind bloß sieben Stands davon sind immer 5 Minus bei mir ist das normal? Mr. Minus nicht echt so hey wie mein Konto wer ist das? oh wie geil guck mal an wie schön oh wie geil guck mal an wie schön wie toll das was die immer für dicken Schädel haben wenn die klein sind hey wieso ist das schon bei 40 achso ne ok ich sag schon das ist was der andere hier